So, herzlich willkommen zurück zu einem Video auf meinem Kanal, Infovideo von mir, das ist hier schon das dritte, egal. Auf jeden Fall, ich habe ja schon seit Mittwoch dem zweiten, das ist es glaube ich, ja den zweiten, nichts mehr hochgeladen. Das liegt daran, dass ich bis zum Samstag nächste Woche noch stark im ZP, also im Abschlussarbeitsstress bin. Und dann schreibe ich die Woche darauf noch am Donnerstag, glaube ich, Mathe, ich weiß jetzt nicht ganz genau. Sollte ich vielleicht, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, ich versuche auch noch Parts aufzunehmen, es wird wahrscheinlich einer am Dienstag kommen, weil ich einen Tag bevor ich die Klausur schreibe nochmal schön entspanne. Zumindest versuche ich es, besonders bei Deutsch, Deutsch kann ich nämlich nicht. Ja, ich kann sprechen, aber ich kann es nicht schreiben. Ähm, dafür muss ich gleich auch noch was üben, da muss ich gleich noch vier, äh, zwei Bilder machen und, ja, schrecklich. So, was habe ich denn in meinem Posteingang? Zu viel, äh, ha. Abos, nein, nichts, nein, nichts. Ja, ich versuche bei jedem Video mal reinzugucken, besonders bei meinem Arbeitskollegen FreeKLPs, warte mal, wo ist er dann. Der auch, gerade wie ich, im Stress ist, sogar eigentlich noch schlimmer als ich. Ja, so ein Kacklappen. Ähm, 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 äh, ja, Diktator schon klar, ähm, der einzige, dem man sich unterwerfen sollte, ist Lord Arbader. Auch wieder gute YouTube aufgelistet, sollte ich mal angucken, Goldfluss. Soll sinken können, keine Ahnung. Also ich bin ja am überlegen, Geige zu lernen. Sonst, das letzte Video, was ich gemacht habe, war das hier und das kam vor, wow, drei Tage ist irgendwie ein bisschen wenig, warte mal. Ich glaube, ich hatte das irgendwie verpeilt, ne? Genau, ich hatte es verpeilt und dann ein paar Tage später aufgeladen. Aber drei Tage stimmt gar nicht mehr, hatten wir was zum Teil, ne? So, oh, ein bisschen mehr reden wäre nur nice, ich versuche es ja besser. Ähm, ja, und in-game-Sound wird auch wieder leise gemacht. Wie viele Pods bin ich da unten denn noch entfernt, mal gucken, wie viel du, Spacke, hast. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen, Bayer. Nein, ich habe jetzt nichts gegen Bayern. Ich hörte nur schon leicht den Akzent. Also wenn ich dann wieder aus der Prüfung bin, kommt auch wieder mehr. Ich hoffe, ich verkack nicht mein Leben und verkack die Qualifikation, um aufs Gymnasium zu kommen. Da stehe ich nämlich knapp vor, wegen Deutsch. Ähm, ja, die Review kommt dann auch später, kommt dann vielleicht nächste Woche Freitag, weiß ich noch nicht. Ähm, sonst, ja, was, wie sieht es mit meinen Projekten aus? Devil May Cry mache ich vielleicht mal aus Spaß, aber jetzt nicht ernsthaft. Mach ich mir jetzt auch keine extra Playlist, kommt hin und wieder halt mal was. Also, das erste Projekt, das ich beenden möchte, ist auf jeden Fall Mass Effect 3. Danach kommt Let's Play, er ist mit Dress Returns und dann können wir weitergucken, ob wir... Und welches Projekt wir weitergucken, machen, ja, muss ich sehen, weiß ich noch nicht. So, posten. Wann kommen denn wieder Videos? Ähm, am 8. Nächstes Video am 8. Wo ist es da? Dammit. Am 8.05. 2012. Ja, Link zu Video Playlist hinzufügen, fick dich. Ähm. Ja, und ich versuch dann halt so oft wie möglich irgendwas zu machen und aufzunehmen. Ich hab nämlich keine voraufgenommene Sachen. Gleich muss ich auch wieder arbeiten. Na, an... In meinem Deutsch. Ja, letzte Arbeit total verkackt. Ich bin total lieb in dir, kommert. Ich weiß nicht, du, motherfucker. Du bist Engländer, schreibst was auf meiner Seite und erwartest, also, dass ich dich, äh, abonniere und hier unterstütze, oder wie? Das liebe ich am meisten, wenn Leute mir irgendwelche Kontaktunfragen schicken, äh. Puh, guck, guck, duh. Unterwirf dich. So, was gibt's denn noch? Ah ja, ich krieg bald ne Brille. Ja. Ich seh nur 50% von dem, was ein normaler Mensch sieht. Äh. Painpo bin ich noch zu jung. Ähm. Hm. Mal gucken, ob ich nach, äh, dem Projekt Alice Mendels Returns oder Mass Effect, äh, dann mit Ghost Recon anfange. Das kommt jetzt ein Monat später, also im nächsten. Fuck. Da müssen wir noch lange, lange warten. Kommt dann irgendwo, äh, hier oder so. Scheiße, dann hat eigentlich mein Bruder Geburtstag, verdammt, ey. Oh nein, nächste Woche schon auch, äh. Lecken. So, die Liste wird auch irgendwann, wir bekommen noch ein paar dazu. Ja, Liste Play mit schlechten Humor. Ja, Koba, er, päh. Der macht gerade echt guten Job. Oh, er hat einen neuen Fahrt draußen, den muss ich mir gleich angucken. Ähm. Steht das auch hier irgendwo? Rostate, Kaliber, nein, 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 nein. Nee, Tux hat auch noch ein paar draußen, ähm. Boah, scheiße, muss ich noch viel gucken, äh. Also müssen ich jetzt vielleicht der falsche Ausdruck. Cornel muss ich leider zugeben, du wirst immer schlechter. Äh. Harry Potter ist wirklich kein Spiel, was so ein gut Let's Playen kann. Weil es hat schon selbst einen Eigenhumor, den man leider nicht übertreffen kann. Sausen, sausen, sausen. Hm. Sonst soll irgendwas Neues? Ne, ich glaub nicht, ne. Er hat auch das Infovideo zu seinem Abschluss am Arbeiten, äh. Ihn kann ich auch nur empfehlen. Ja, ja, ja. Besonders, äh, The Legend of Zelda, wie heißt das Spiel nochmal? Äh, meine ich Cap. Äh, ja, die Mask hast du ja abgebrochen, weil du keinen Bock mehr hattest momentan. Rubin, naja. Das war eine meiner, ich glaub das war meine zweite Edition, die ich gespielt hatte. Ab, da ging's wirklich bergab für Pokémon. Hab das neue noch nicht gespielt. Ah, du sollst viel Scheiß daraus nehmen. Ah ja, du musst mich immer auch bei PSN enden, okay, ne. Ja, Gamescom bin ich natürlich auch dabei. Zu 100 Prozent, ähm, XXL YouTuber, der ja nicht. Sonst, ich spende jetzt mein Abo. Nein. Das wäre echt unfair und so und scheiße, wie viele Abonnenten habe ich. Meine Abonnentenzahl steigt irgendwie nicht. Ah, egal. Ich mach das hier sowieso nicht ausfahren. Du machst auch nicht mehr irgendwas, äh. Also gibt's eine ganz schöne Geschichte zu diesem Let's Play. You get a heart style, was soll ich mal zum Teufel? Auf jeden Fall, das war's von mir und so, 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 so. Weiß mal aus dem DASCH. Ja, das ist, äh, zu Battlefield. Ähm, das war's von mir, ähm, die Unboxing, das Unboxing-Video von Motorrader Racer kommt noch zu den, äh, Reviews, dann mach ich schon eine neue Playlist, dann zeig ich scheiße, was so. Ah, hier hab ich schon. Muss ich nur auf die Seite stellen. Das war's dann von mir. Hoffe ihr erbt wenigstens eine schöne Woche ohne Stress. Und ja, dann bis irgendwann. Bye. Bye.